ja servus Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Video und ja ich wollte euch nur Bescheid sagen dass ich mit YouTube aufhören aufhören werde weil es macht mir einfach kein Spaß mehr das habt ihr wahrscheinlich schon in den letzten paar Videos gemerkt und ihr habt auch gemerkt dass ich in den letzten paar Wochen und Monaten Videos komplett unregelmäßig gebracht habe weil es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht ich ich wäre viel lieber irgendwo hingegangen raus keine Ahnung irgendwo hin halt aber nicht allein in meinem Zimmer sitzen und irgendwelche Videos drehen obwohl es mir gar keinen Spaß mehr macht und ich bin halt auch der Meinung dass wenn eine Sache nicht mehr Spaß macht dass man das nicht wirklich weitermachen sollte und ja wahrscheinlich werde ich nie keine Videos mehr machen aber wenn dann werde ich auf einem neuen Kanal einen neuen Kanal erstellen und dort dann Videos machen ich würde dann hier noch kurz auf Cooler Gaming ein kurzes Video machen wo ich das dann sage dass ich auf einem anderen Kanal weiter mache aber ich denke nicht dass ich in nächster Zeit oder in den nächsten paar Jahren wieder Lust habe also ich denke das wird das allerletzte Video sein und der Kanal bleibt auf jeden Fall da weil die Videos die ersten Videos sind halt einfach legendär sind mega geil und ja ich bedanke mich bei euch und alles mögliche kennt sie wahrscheinlich auch wenn nicht so viele auch wenn nicht so viele YouTuber aufhören auch wenn ich mich nicht wirklich YouTuber nennen kann und ja dann ich hatte eine relativ schöne Zeit mit euch am Anfang dann auch noch aber es hat mir keinen Spaß mehr gemacht und ja dann ich hoffe ihr habt auch eine schöne Zeit gehabt und dann verabschiede ich mich ciao